Herzlich Willkommen im Sprachstuhl nach meinem Kanal. Ich grüße euch gleich die erste Saison weiter an den Ausschlipper 2. Ja, ich hoffe, ich geht es euch gut. Ist jetzt alle gut drauf und das habe ich bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir werden jetzt ein bisschen was einkaufen. Und zwar, ich möchte gerne irgendeine Montage gemacht. Vielleicht hat die Aufnahme gestartet. Jetzt möchte ich gerade etwas ausprobieren. Und ob das gerade jetzt wirklich nur, wie passiert, was mir stöhnt, dass wir einfach Deko haben. So, ok. Das ist wirklich nur Deko. Hm, jetzt schauen wir mal. Mal schauen wir mal, was dann passiert, wenn wir mal den Boden einreißen. Ok. Achso, ok. Wir könnten jetzt da die ganzen Fliesen und die ist alles auszuschlagen. Ok. Das ist jetzt mal Deko. Das ist jetzt mal Deko. Das ist mal Deko. Ok. Das haben wir Deko jetzt auch wieder gelernt. Und wenn wir dies jetzt auch gelernt. Das sind die ist dann. ist so den boden da musste man muss ja wie sie dann ok dies wo jetzt nie zu dies was sie wo sie warten aber anscheinend echt nicht es ist auch nichts mehr staubsaugen ist auch nichts mehr ok macht es nicht es ist nicht gut es ist nicht gut es macht so ist es doch jemand ich vielleicht kann man kann doch man keller dazu bauen so auch mein auftrag mit ihm schlussendet Zwei E-Mails haben wir da, Änderung des Grundrisses, das wird sicher interessant, für uns sicher. So, ich bin schon so gewohnt, dass ich da... Oh, muss ich hier? Ah, nicht? Okay. Ich sehe schon wie ein richtiges Haus. Ah, nicht. So, wir gucken mal. Ich bin hier wieder im Haus. Hm, da schaut es mal so aus, als würde es aber mal ein bisschen am Wille aufkommen. Auwe. Auwe, auwe, auwe. Alle, alle. Auwe, auwe. Schau, wo sie meine Korte, oder? Auwe, sie da mit dem Mule. Ich wäre härter, gell, jetzt ist es jetzt ist es halt einmal so, verkaufen alles was ich noch nie tun logelfest ist wahrscheinlich jetzt hat es interessant jetzt können wir hier ich sage, das war ein richtiges Multiplayer-Spiel warum das diese nicht gemacht haben, verstehe ich nicht wenn du dazu zwei Teile sind, renovieren das war ein richtiges Teil das war ein richtiges Teil das ist ja aber ist es auch ein richtiges Teil So, da, oh, weg damit. So, da, jetzt hoffentlich wieder die Quest da innen. So, da. Nur irgendwas nul ist da vor Tappen. So, da, dann müssen wir da die Fenster auf die Fenster zum Putzen. So, da. So, da. So, da. So, da, woher ist? So, da, woher ist? So, da. Schraubsauger, Kutslupen, Frauen streichen, einrichten, so, jetzt passt es zu mir auf. Das Methodator braucht wenig da, dann türen wir wieder zu. Da müssen wir auch einiges verkaufen. Na, das ist das. Na, das schon. So. Wir arbeiten dir da. So. 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 da noch da so die wand macht man weiß die oder ja schon mit weißen die heute ja eigentlich schon mit weißen Also wenn sie fragt, ich arbeite tatsächlich so, wenn ich für mich privat irgendwas mache, dann rede ich mit mir die ganze Zeit auch schon mittlerweile. Also ich rede jetzt nicht Hallo meine Sportsfreunde oder so, das ist jetzt nicht, aber ich erkläre mir selber meine Arbeitsschritte. So, wird wieder ein bisschen länger das Video werden, aber ist auch wurscht. Zack und die macht man ab, die macht man ab, blau die Wand. So, die Fenster machen wir noch. Geht er dann wieder. Sie werden jetzt aufwendiger, die, die, die Aufträge. So, kauf, kauf, kauf. Okay, auch die Tür. Aussi mit dem Zeug. So. 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 Okay, dann muss die Seizid. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, das ist ein Lampen. Das ist schon wieder zweighaft. So. 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 Dann brauchen wir die Farbe Weiß. Okay. Wir haben aber aus und die Farbe Weiß. Die Farbe Weiß haben aber aus. So. 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 Kleine. Sura. Sura. Da steht das zu bis oben hin. Ich stehe noch nie an die Ziegelmauer gewachsen gesehen. Müssen wir jetzt gerade noch die Hinderung wegziehen. So da. Ein Fleck müssen wir wegputzen. Der ist da oben. Und da sind auch noch ein paar Flecken. Ja, man hätte es sich einfach machen können, dass man sagt, ja. Ja, man nimmt jetzt, man nimmt jetzt da einmal weiß. Jetzt. Volle Bahn und auf geht's. So weit ist. Und dann macht man das Grün. Dann auf geht's. So. Schnür auf den Knall. Hoch. Nein, die haben vielleicht bei mir auch keine Schnürwanze. Also wie da im Spiel. Aber einfach. So. Die wollen noch kommen. Ich gebe. Vollgas. Was. Okay. Okay. So. So. Ich glaube, das passt so, ich weiß. So. Dann machen wir die Sporteln nochmal. So. Ich glaube, das ist egal, wie man das... Opa, da. Das ist ein Minimum, ein Polen. So. So. Vielen Dank. So, was braucht man denn da? Gelb und Weiß braucht man da. Da braucht man Gelb und Weiß. Dann macht man das genauso. Und hier auch Weiß. Und die Wand machen wir auch Weiß. Jetzt sind wir gleich durch, schätze ich mal. Ja, ich könnte den Auftrag beenden. Jetzt kommt noch Kuli wahrscheinlich nicht aus. Dann macht man die Wand. Nein, die Wand brauchen wir. Gelb brauchen wir, ja. Die Wand gelb. Gelb. Ach, man die Wand weiß. Das ist jetzt erstmal lustig. Das ist jetzt erstmal lustig. So. 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 Dann Abschluss. Dann müssen wir eh gleich mit der Spachtel. Ja. Ja. So. 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 möchte ich das machen bei uns in der Bude. So. 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 Neurrichten. So. 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 dann. 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 So. 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 Ich weiß nicht, Spatzfeld, ich bin ruhig, ich bin ruhig. So. Schon vorher kann ich Kartons auspacken, was da. So. Stuhl nur, Soda, Lampen. Lampen. Paddel. Und ein Luftschalter. Und dann wären wir fertig. Ich glaube, dass wir fertig sind. Machen wir jetzt das noch schnell. Warum auch immer, dass das nicht akzeptiert worden ist, wie ich das mache. Aber es ist auch wurscht. Okay. Jetzt machen wir das noch schnell fertig. Ich hoffe, es hat so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, dann kann ich gerne abonnieren. Die Glocke hier aktivieren. So, dass wenn es hier aus Hausslipper weitergeht, nichts mehr ein neues versammelt wird. Und dann wünsche ich dir, du müsst zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportfreund, liebe Sportfreundin. Je nachdem, was du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt, Kimpfen, Wort, respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportfreunde. Dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus. Servus.